Hallo, ich bin der Andreas und ich spiel Gitarre bei A Cross. Und wir nehmen heute die Gitarrenspuren für unser neues Album Mirror Me auf. Musik Taugt, fett, laut und fett, so wie es sein muss. Schien bin ich, ja das muss man sein als Gitarrist. Eigentlich muss man sitzen, wenn man sowieso alle Weiber kriegt, aber nein. Helfen tut's. Ja, das muss man sein. Ja, das muss man sein. Ja, das muss man sein als Gitarrist.